Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ein weiteres Tutorial Video. Heute gehen wir wieder in unsere App und machen bei der App weiter unseren Familienplaner, den wir schon angefangen haben. Falls ihr die ersten zwei Videos, müssten es sein, noch nicht gesehen habt, dann guckt die bitte. Das ist die Vorbereitung, damit ihr den gleichen Stand habt, wie den ich hier auch habe, damit wir hier gemeinsam weiterarbeiten können. Heute in dem Video machen wir weiter mit unserer Nutzerverwaltung und werden alle Nutzer anlegen. Das wollte ich ja eigentlich zur Vorbereitung für dieses Video schon machen. Dabei ist mir aber was eingefallen oder was aufgefallen, wo ich mir denke, das wäre eigentlich cool, wenn wir das zusammen machen würden. Das machen wir nämlich heute, nämlich ein Porträtfoto mit einbinden und das machen wir gleich gemeinsam. Und dann ist das Ziel des Videos eigentlich, dass wir die App noch ein bisschen hübsch machen, also dass wir halt nicht nur die Datenpunkte, das habe ich euch im zweiten Video ja gezeigt, wie wir die Datenpunkte vernünftig konfigurieren, dass halt die richtigen Daten an der richtigen Stelle stehen und auch erwartet werden, damit die App auch damit arbeiten kann und weiß, hier ist ein Datum, da ist eine E-Mail-Adresse und so weiter. Sondern wir wollen ja eben auch die Ansichten am Ende bauen, eine schöne Ansicht bauen und natürlich dann auch mal vielleicht den ersten Plan schon, den ersten Eintrag schon machen, also für Kalendereintrag oder die erste Aufgabe und so weiter. Und das natürlich dann auch darstellen. Dazu müssen wir eine neue View generieren, eine neue Ansicht, die dann mit den Daten, die wir hinterlegen, natürlich auch arbeiten kann. Das machen wir heute oder versuchen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen, dass das Video nicht zu lang wird. Jetzt möchte ich erst mal auf den Bildschirm schalten, gebe euch meinen Bildschirm frei, zeig den an. Das ist die Tabelle, die kennt ihr, das ist unsere Familienplaner, Datengrundlage, Datenbasis im Prinzip. Und hier sagen wir jetzt, bei den Nutzern möchte ich noch ein Bild hinterlegen können. Das heißt, wir brauchen eine neue Spalte, Portrait, Foto, wie auch immer, brauchen einen neuen Datenpunkt. Da drinnen landet am Ende nicht das Foto. Wie das am Ende aussieht, das kommt jetzt gleich, zeige ich euch gleich, wie das dahinter legt wird. Und hier in der Tabelle, das haben wir beim zweiten Video gelernt, wenn wir an der Struktur etwas ändern, müssen wir was machen? Richtig, die Struktur regenerieren. Das heißt, wir drücken die oben wieder drauf, sagen Struktur regenerieren und dann müsste unser neue Datenpunkt gleich hier auftauchen. So, Struktur regeneriert, unser neuer Datenpunkt ist da. Da unten ist er. Wir machen, wir klappen das mal hier drüben mal weg. Und jetzt müssen wir aber ihm natürlich noch sagen, dass es kein Text ist. Und jetzt kommen wir schon mal zu einem kleinen Hinweis, wie ich damit arbeite. Ich persönlich arbeite immer mit dem Stift hier vorne. Also wenn ich etwas, einen Datenpunkt konfigurieren möchte, dann gehe ich hier auf Edit, weil ich hier alle Eigenschaften habe und nicht nur ein Teil, weil hier draußen, klar, man sieht hier so eine Art Übersicht oder so eine kleine Übersicht mit bestimmten Punkten. Das kann interessant sein, damit zu arbeiten, wie zum Beispiel Display Name, dass man halt mal hier durchgeht und halt schnell mal ein Display Name eingibt, dass man hier drauf drückt einfach und dann schnell hier oben was eingeben kann. Das kann interessant sein. Nur ich persönlich finde, hier sieht man immer nur einen Teil der Eigenschaften und dann vergisst man auch schnell mal was, übergeht halt schnell mal was, weil man es hier einfach nicht sieht, weil es nicht offensichtlich ist. Und außerdem, wenn man hier rüber scrollt, wie ihr seht, ist der Spalten Name weg. Und wenn ich dann hier hinten bin und hier dann eine Display Name vergeben möchte und hier vorne den Spalten Namen gar nicht mehr sehe, dann kann ich das schlecht zuordnen. Bin ich kein zu großer Freund von. Ich persönlich arbeite immer damit, dass ich hier vorne auf den Stift gehe und alle Eigenschaften mit einmal hier sehe. Das ist für mich einfach angenehmer zu arbeiten. Und was ich beim zweiten Video nicht gemacht habe, ist auf alle Eigenschaften mal hier eingegangen. Das machen wir jetzt, das holen wir jetzt nach. Show hatte ich ja schon gesagt, Typ auch. Und hier bei unserer Porträtspalte wollen wir ein Bild hinterlegen. Das heißt, wir gehen hier drauf und wir sagen Image. Es gibt noch File und es gibt auch noch Thumbnail. Thumbnail ist auch ein Bild. Da habe ich noch nicht ganz rausgefunden, was der Unterschied zwischen Thumbnail und zwischen Image ist. Ich könnte mir halt vorstellen, Thumbnail hat auch was in Verbindung mit Video zu tun, weil ich kann auch Videos hinterlegen und kann dann wahrscheinlich sagen und das Thumbnail zum Video liegt an folgender Stelle oder sieht folgendermaßen aus. Aber in dem Fall bleiben wir einfach. Wir machen ein Bild. Das ist ein Bild. Das ist auch wichtig, diesen Typ wieder entsprechend anzugeben, weil mit Image, mit dem Spalten-Typ oder mit dem Datentyp Image kann die App nämlich gewisse Sachen wieder konfigurieren oder wieder damit arbeiten. Und wenn das ein anderer Datentyp ist, können wir gewisse Sachen eben nicht machen. Deswegen ist es hier ganz wichtig. Image, wo das am Ende abliegen soll, das müssen wir ein bisschen rausfinden. Ich würde jetzt einfach mal hier mal Porträts hinschreiben, also soll es in den Ordner Porträts schmeißen. Das zeige ich euch auch noch später, wo eigentlich die ganzen Daten insgesamt von der App nämlich auch abliegen. Deswegen habe ich auch schon einen Tab offen mit meinem G-Drive. Wir schreiben jetzt mal Porträts hin. Kann sein, dass wir das später noch anpassen müssen. Und jetzt gehen wir nämlich mal hier auf die ganzen Eigenschaften mal ein. Datenvalidierung, da sind wir ja schon mal drauf eingegangen, aber wir wissen, dass das hier unten ein Pflichtfeld ist und wir wissen, dass wir hier eine Nachricht oder einen Hinweis hinzufügen können, zum Beispiel auf Deutsch mit mindestens zwei Zeichen oder es muss eine E-Mail-Adresse sein oder ihr könnt einfach eine individuelle Nachricht reinschreiben. Und valid if, da kann ich halt mit einer Formel vorgeben, wann ist das valide. Ich könnte zum Beispiel eben sagen, wenn bei Porträtsätzen, schlechtes Beispiel, aber wenn ich jetzt ein Textfeld habe und ich sage, in diesem Textfeld muss zwangsläufig ein bestimmter Terminus drinstehen, es muss zwangsläufig bla 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 drinstehen oder das Zeichen Ad drin sein, wenn ich zum Beispiel sicherstellen will, das ist eine E-Mail-Adresse und ich habe aber nicht angegeben als Datenpunkt E-Mail, sondern als Text, dann kann ich hier halt eben sagen, in diesem Text, den ich da eingebe, muss ein bestimmtes Zeichen vorhanden sein oder ein bestimmter String, also eine Zeichenkette oder sowas, dann würde halt eben das valide sein, ansonsten eben nicht. Autocomput bin ich auch schon kurz darauf eingegangen, das machen wir jetzt aber auch nochmal ausführlich. App-Formular füllt für euch den Wert aus. Also App-Formular, wie der Name schon sagt, ist eine Formel in der App. Das heißt, ich kann hier hinterlegen, der Wert wird nicht manuell vom Benutzer eingetragen, sondern wird automatisch erfasst. Als Beispiel, wenn sich eure Benutzer hier mit ihrer E-Mail-Adresse ganz normal in der App anmelden und ihr habt eine Spalte, wo die E-Mail-Adresse erfasst wird, wenn jemand in der App was ändert oder einen Eintrag macht, dann könnt die hier sagen, jetzt nur mal als Beispiel, User E-Mail und durch dieses Klammer auf, Klammer zu sagt ihr, der App hier ist eine Funktion und habe ich wieder irgendwas falsch eingetragen? Ne, Entschuldigung, aber natürlich nichts falsch eingetragen, sondern User E-Mail ist schon, sagt der Joten auch, ist valide. Er erwartet natürlich ein Bild. Also das ist jetzt nur als Beispiel gewesen. Ihr könnt also die E-Mail automatisch zum Beispiel erfassen. Das heißt, App-Formular bedeutet automatisch, ihr könnt es nicht mehr manuell editieren, sondern die App editiert dieses Feld für euch, füllt es automatisch mit einem bestimmten Wert und das müsst ihr halt hier sagen, wo der Wert herkommt. Initial Value, das hat man ja auch schon mal, das ist der initiale Wert. Also ich kann hier initial etwas eintragen. Ich kann halt hier sagen, initial soll da was drinne stehen, kann es aber noch editieren. Also initial wird dann Wert reingeschrieben, aber der Benutzer, der User hat die Möglichkeit, diesen Wert zu verändern. Suggested Value ist total interessant, damit kann man viel machen. Das sind vorgeschlagene Werte. Ich kann zum Beispiel bei einem Auswahlfeld, also kein Textfeld, sondern wo ich eine Auswahl treffen muss, zum Beispiel bei Typ, das haben wir hier bei unserem Familienplaner, haben wir hier einen Typ. Und ich sage, bei Typ gibt es zum Beispiel eine Aufgabe oder es gibt einen Termin oder es gibt, weiß ich nicht was. Von mir ist auch Urlaub oder Abwesenheiten oder wie auch immer. Das kann ich alles definieren, wie ich möchte. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte bei Suggested Values Vorschläge, also die Sachen, die ich halt auswählen kann, das kann ich hier definieren, ist ein total, wie soll ich sagen, ein sehr funktionsreiches Feld. Man kann da wirklich sehr viel mitmachen, weil ich trotzdem den Wert am Ende trotzdem noch verändern kann. Aber ich kann Vorschläge machen, kann sagen, aus diesen Vorschlägen kannst du aber es auswählen oder du machst halt einen neuen Eintrag. Ist total cool. Spreadsheet-Formular, hier könnte ich was reinschreiben. Da kommen wir mal später drauf. Das ist, wie der Name schon sagt, Spreadsheet-Formular, also eine Formel in Google. Also wenn ich hier im Prinzip einen Wert habe, sagen wir, ich mache hier ein neues Feld und in diesem neuen Feld schreibe ich hier aber eine Formel rein. Ich sage hier zum Beispiel, ich möchte die Tage ausrechnen, also sagen wir zum Beispiel die Dauer von einem bestimmten Urlaub, wie auch immer, und schreibe hier rein, ist gleich das minus das. Dann kommt hier hier eine Dauer raus. Wir haben jetzt hier einen Tag. Wir verstehen das nicht ganz, weil es eigentlich natürlich zwei Tage sind, wenn wir es mal genau nehmen. Das ist bei Datum ganz normal. Man muss also hier dann sagen, die Dauer plus 1 natürlich, weil ich ja immer einen Tag obendrauf rechnen muss. Und jetzt habe ich hier eine neue Spalte hinzugefügt, einen neuen Datenpunkt mit der Dauer. Das kann tatsächlich später sogar sinnvoll sein, von daher lassen wir es gleich mal drin. Und jetzt gehe ich hierher und was haben wir gelernt? Genau, wir müssen jetzt hierher und müssen diesen Datenpunkt hier reinholen, indem ich auf Regenerieren drücke, also Struktur regenerieren. Und jetzt holen wir den Datenpunkt rein. Also die Struktur wird abgeglichen und wir sehen hier unten, er hat jetzt Dauer hinzugefügt, hat selber schon erkannt, dass das eine Number ist. Das stimmt tatsächlich auch. Da kommt eine Ganzzahl raus, also eine Nummer. Von daher können wir das auch so stehen lassen. Und jetzt gehen wir mal hier auf den Stift, gehen hier auf Autocompute und sehen hier unten bei Spreadsheet-Formula, schreibt er in dieser Schreibweise, also das ist Row, Column, Minus, Row, Column, also das ist so eine Absolutschreibweise. Er, in dem Datenfeld, in dem er ist, geht er hier drei Spalten zurück, deswegen Column, deswegen das C, Minus 3, also Column Minus 3, das gucken wir uns mal an. In der Spalte, in der wir uns befinden, 1, 2, 3, also eine daneben, also 1, 2, 3 und 4. Ne, stimmt sogar, Moment, 1, 2, 3, Datum Ende, Minus in der vierten nach links, deswegen ein Minus, wenn man das einmal weiß, wie das zu lesen ist, erschließt sich das tatsächlich, also Klammer auf, das habe ich jetzt selber eingeben, Row ist nichts, also es gibt keinen Versatz in der Zeile, deswegen Column Minus 3, Minus, Column Minus 4, Plus 1. Und das erfasst er selber, das heißt, wenn ihr mit Formeln innerhalb des, das Google, Google Tabelle arbeiten wollt, schreibt die Formel tatsächlich hier rein und macht dann eine regenerierende Struktur, weil er erkennt das da, also ihr müsst das nicht quasi euch dann aus den Fingern saugen und dann irgendwie R, C, eckige Klammer, Minus irgendwas oder Plus, Klammer, eckige Klammer zu und dann, das müsst ihr nicht machen, sondern ihr könnt das hier halt, wie man es halt kennt, in Formel, eine Formel schreiben und er übernimmt die Formel dann hier drin. Und wenn hier was drin steht, kann zum Beispiel auch keine App-Formula existieren, also ich könnte zwar jetzt hier was reinschreiben, das würde zu einem Fehler führen, weil er sagt, wenn eine Spreadsheet-Formula vergeben ist, dann wird ja der Wert durch die Google Tabelle automatisch erstellt und deswegen kann er natürlich dann hier nichts anderes reinschreiben. Dieser Wert ist dann auch nicht editierbar, weil er ja automatisch ausgefüllt wird. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, auf verschiedene Arten und Weisen automatisierte Werte zu erzeugen, die entweder über die App, könnte ich über die App genauso machen, ich könnte auch hier oben sagen, rechne mir bei Data Explorer hier, sag Datum Ende Minus Datum Start, würde genauso gehen, Plus 1. Also ihr seht, das ist das, was ich, was ich, Entschuldigung, manchmal vertippe ich mich hier auf der Tastatur, dann schaltet er hier die Anzeigen um und damit würde ich halt sagen, das würde genauso funktionieren. Er sagt zwar jetzt hier, dass es nicht geht, weil Invalid-Typ andauern ist jetzt egal, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann es hier genauso auch so rumbauen oder ihr baut es halt eben über Spreadsheet-Formula, es gibt also verschiedene Arten. Spreadsheet-Formula hat in Anführungszeichen den Nachteil, ihr müsst den Datenpunkt natürlich erst erstellt haben, also er kann nicht live, während ihr einen Datenpunkt erstellt, live die Sachen berechnen, weil logischerweise hat ja die Google-Tabelle hat ja den Datenpunkt noch nicht, kann also noch nichts berechnen. Das heißt, ihr müsst es erst abschicken und speichern und dann berechnet sich das erst und dann dauert das auch ein paar Sekunden, dann muss es ja erst wieder zurückgeschrieben werden, also aus der Google-Tabelle muss es ja in die, App-Anzeige erst wieder reingeladen werden, synchronisiert werden. Das heißt, das ist immer ein bisschen ein Nachteil, aber ihr habt wenigstens die Möglichkeit, damit zu arbeiten und könnt es quasi auch noch automatisiert mit einfließen lassen in eure App und könnt da automatisiert Sachen anzeigen, die sich im Hintergrund im Google berechnen. Total cool. Das wäre so viel zu Auto-Compute. Update-Behavior. Das ist das, die Key-Spalte, die ich schon mal angesprochen habe, dass man halt sagt, okay, das hier ist meine Key-Spalte, es kann ja nur eine geben immer. Dann Editable. Ist diese Spalte editierbar? Dieses Feld klickt sich halt automatisch aus, wenn hier bestimmte Sachen eingegeben sind, wie App-Formular oder Spreadsheet-Formular. Wenn eins von den beiden vergeben ist, kann ich den Wert logischerweise nicht manuell editieren. Aber unabhängig davon kann ich auch sagen, es gibt Werte, die ich trotzdem nicht editieren kann. Wie zum Beispiel, das ist natürlich Quatsch, aber sage ich jetzt mal zugewiesen an, ist halt ein Wert, der sich warum auch immer von außen speist. Und ich möchte nicht, dass der Benutzer den editieren kann. Dann kann ich das hier aushaken. Jetzt können wir mal gucken, ob wir das on the fly uns angucken können. Wir sind ja hier bei Nutzer drin. Sagen wir zum Beispiel Ruf und Spitzname. Also Rufname, Update-Behavior, nicht editierbar. Und jetzt sehe ich, jetzt ist der Rufname hier auch schon rausgefallen. Das stimmt zwar nicht ganz, weil normalerweise müsste das trotzdem drin bleiben. Also teilweise werden auch Sachen ausgeblendet, die ich halt eben nicht editieren kann und die auch leer sind. Dann brauche ich die ja auch nicht anzeigen. Genau das hat er jetzt hier gemacht. Der Wert ist eigentlich theoretisch noch da, aber ich kann ihn nicht editieren. Das können wir uns zum Beispiel mal anschauen bei unseren Bernd Stromberg. Da haben wir Rufspitzname Stromboli. Wenn ich jetzt hier reingehe und das editieren möchte, wird das sehr wohl angezeigt, weil es steht ja was drin. Wo auch immer der Wert herkam, vielleicht kann ich ihn auch nur nicht mit meinen Rechten editieren, aber jemand anderes schon. Ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel, weil Ruf und Spitzname, darum geht es nicht. Das kann derjenige natürlich schon editieren, logischerweise. Aber als Beispiel. Und dann wird das schon angezeigt, aber ich kann halt hier nichts ändern. Vor- und Nachname kann ich ändern, weil es editierbar ist. Den Ruf und Spitzname kann ich aber nicht ändern. Aber er wird angezeigt. Das ist der Unterschied zwischen Show und zwischen Editable. Wenn ich jetzt hier wieder editierbar mache, und es jetzt speichern würde, dann brauche ich gar nicht speichern, geht on the fly. Dann kann ich jetzt hier wieder rein und kann das anpassen. Das heißt, ich kann hier bestimmen, ob dieses Feld editierbar ist. Wie gesagt, nochmal als Hinweis, wenn ich hier Autocompute mache, also wenn ich sage, über eine App-Formular oder über eine Spreadsheet-Formular wird der Wert automatisch erzeugt, ist das Feld immer nicht editierbar. Ich kann das zwar anhaken, beim nächsten Speichern macht er das automatisch wieder raus, gibt eine Warnung aus mit, Worte auf nicht editierbar gesetzt, weil es automatisch erzeugt wird. Logischerweise, weil es schließt sich ja gegenseitig aus. Ich kann den Wert nicht automatisch erstellen und ihn editierbar machen. Das funktioniert nicht. Das ist das Editierbar. Reset und Edit ist ganz interessant. Wie der Name schon sagt, das Feld wird resettet, wenn ich editiere. Wir können das mal exemplarisch für den Vornamen zum Beispiel machen. Wenn ich jetzt hier reingehe, beim Nutzer Bernd Stromberg, und hier auf Editieren klicke, sind alle Werte da. Es kann aber zum Beispiel sein, dass immer wenn ich ein Feld, also einen Datensatz editiere, möchte ich einen Wert immer wieder resetten. Entweder auf den Initialenwert, wenn ich einen Initialenwert vergeben habe. Das machen wir jetzt auch mal exemplarisch bei Rufnahme. Ich sage, als Rufnahme gibt es immer einen Initialenwert, der heißt immer, bitte angeben. Nur als Beispiel. Und ich sage, das heißt immer, wenn ich einen 9 anlege, oder wenn ich jetzt eben sage, er wird resettet, geht es immer wieder auf diesen Initialenwert zurück. Wenn ich da nichts eingebe, geht es halt auf 0 zurück. Also nichts. Also nicht 0, sondern nichts einfach. Und wenn ich das jetzt speichere, dann wird der Wert, immer wenn ich editiere, wieder auf den Initialenwert zurückgesetzt. Deswegen Reset und Edit. Kann, also es kommt selten vor, dass man das braucht, aber kann interessant sein. Ihr seht es hier schon. Wenn ich jetzt auf Nutzer, Bernd Stromberg gehe, hier steht noch Rufspitzname Stromboli drin, weil das immer noch hinterlegt ist. Aber wenn ich jetzt auf Editieren klicke, hat er den hier rausgelöscht und sagt, bitte angeben. Und jetzt muss ich hier etwas Neues angeben. Kann also interessant sein für ein Feld, was ich einfach immer wieder resetten möchte, wenn jemand das Feld editiert. Für was kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wenn man zum Beispiel eine Art Unterschrift braucht. Wenn man sagt, immer wieder, wenn ich das Feld editiere oder wenn ich da was verändere, muss jemand unterschreiben. Also möchte ich vielleicht ein Unterschriftenfeld, die es übrigens gibt, zeige ich euch hier, gibt nämlich ein Signature. Man kann also tatsächlich hier auch ein Unterschriftenfeld hier einfügen, direkt in die App. Wie geil ist das denn, mit einem Unterschriftenfeld? Und wenn ich das aber immer wieder resetten möchte, also so wie ich etwas verändere, muss dieses Signaturefeld wieder gelöscht sein, weil ich eine neue Signatur vergeben muss, also neu dafür unterschreiben muss. Könnte ein Beispiel sein. Okay, jetzt habe ich euch das auch gezeigt. Jetzt bleiben wir bei unserem Beispiel Spitzname. Jetzt haben wir hier Reset und Edit. Ich mache es jetzt wieder weg, weil es ja eigentlich Quatsch ist für ein Spitzname, aber dafür ist es theoretisch gedacht. Dann Display, da sind wir auch schon mal darauf eingegangen, dass ich hier halt bei Display Name einfach sagen kann, wie die Spalte sprechend heißen soll. Und Description ist auch ganz interessant. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Gehen wir kurz noch auf Label ein. Label ist dann relevant, wenn ich zum Beispiel ein Diagramm zeichne und ich möchte dem Diagramm ja Labels vergeben, also ich möchte sagen, welche Farbe bedeutet was, also eine Legende. Dann kann ich halt sagen, diese Spalte hier ist ein Label. Also diese Spalte wird als Legende geführt. Da muss man ein bisschen mit rumspielen. Man kann mehrere Spalten oder mehrere, ja doch Spalten als Legenden oder als Labels anlegen. Da muss man ein bisschen mit rumspielen. Jetzt gehen wir nochmal auf Display Name und Description ein, weil tatsächlich habe ich am Anfang auch nicht gewusst, was ist der Unterschied zwischen beiden. Ruf und Spitzname ist jetzt bei der Display. Der Ruf und Spitzname heißt die Spalte immer. Das sehen wir jetzt auch hier, wenn ich hier draufgehe, auf Bernd Stromberg, Ruf und Spitzname, Stromboli. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel im Editiermodus bin, also in dem eigentlichen Eingabefeld, möchte ich vielleicht hier nicht nur Ruf und Spitzname stehen haben, sondern was anderes. Dann habe ich da tatsächlich die Möglichkeit, zwei verschiedene Werte einzugeben. Ruf und Spitzname heißt es, ich sage mal, in kurzer Form und wenn ich im Editiermodus bin, sage ich, bitte hier den Spitznamen hinterlegen. Als Beispiel. Dann habe ich hier zwei verschiedene Optionen. Speichern wir das, weil manchmal sieht das dann hier so ein bisschen komisch aus, dass er das nicht ganz auflöst und dass es dann halt einfach so ein bisschen technisch dasteht. Da muss man einfach speichern, dann muss er sich einmal komplett synchronisieren. So, jetzt seht ihr hier, bitte hier den Spitznamen eingehen. Wenn ich jetzt hier auf Cancel gehe, also ich gehe hier auf den User, geht hier in der Detailansicht quasi, weil wir haben hier verschiedene Ansichten, mit denen wir arbeiten. Wir haben hier eine Form, also eine Editor-Ansicht oder also eine Eingabeansicht und eine Detailansicht. Das seht ihr auch immer hier unten bei View. Wir sind jetzt gerade bei Nutzer-Detail. Wenn ich jetzt hier draufgehe, bin ich bei Nutzer-Form, also dem Eingabeform. Und hier steht jetzt die Description. Bitte hier den Spitznamen hinterlegen. Wenn ich aber in der Detailansicht bin, steht Ruf und Spitzname. Das heißt, ihr könnt hier bei Display hier unterscheiden, was dastehen soll, wenn ich etwas eingebe. Da kann ich also, ich sage mal, ein bisschen mehr Text beim Eingabeformular, dass ich halt auch hinschreibe in Klammern, was genau hier rein soll, um einfach ein bisschen mehr Kontext zu geben. Möchte aber dann später, wenn ich damit in der Detailansicht arbeite oder generell in der Tabellenansicht, wie auch immer, möchte ich es trotzdem kurz und prägnant dastehen haben. Und da habe ich die Möglichkeit, hier zwischen Ruf oder hier zwischen einen Displayname und einen Spitzname, äh, Spitzname, Displayname und Description zu unterscheiden. Und der letzte Punkt, Other Properties, also andere Eigenschaften, Searchable. Ich kann also sagen, kann ich nach diesem Datenpunkt suchen. Auf die Suche kommen wir später dann noch, wenn wir über die Übersicht gucken, gehen wir noch weiter drauf ein. Dann haben wir Scannable, also kann ich das mit dem Barcode-Scanner scannen, also kann ich diesen Wert einscannen und der Wert wird dann durch den Barcode gefüllt. Das ist auch eine total coole Sache. NFC, genau das Gleiche. Ich habe also hier auch die Möglichkeit, per NFC-Tag da etwas zu füllen. Hammer. Oder es sind sensible Daten, wie zum Beispiel E-Mail-Adressen, keine Ahnung was. Ja, sensible Daten halt, persönliche Daten. Kann ich hier als diese anhaken, weil dann in bestimmten Reports oder in bestimmten Views oder wie auch immer die Sachen nicht angezeigt werden, sondern die werden ersetzt gegen so einen PII oder P-Strich, Strich, keine Ahnung. Ist jetzt für unseren Fall nicht unbedingt relevant. Aber hier kann ich, gerade das Searchable kann interessant sein. Searchable funktioniert auch nur, wenn es Show, wenn Show an ist. Wenn ich hier Show ausklicken würde und speichern würde, dann würde er das Searchable automatisch auch rausnehmen, weil ich kann nur nach Sachen suchen, die ich auch sehen kann, logischerweise. Searchable ist halt wirklich die Möglichkeit, nach etwas zu suchen. Wenn ich zum Beispiel hier drinne bin, habe ich hier oben die Lupe und Searchable ist genau das. Ich kann jetzt hier nach diesen Sachen suchen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte aber nicht nach Portrait suchen können, weil warum soll ich nach dem Portrait suchen? Entweder es ist eins da oder es ist keins da, interessiert mich aber nicht. Könnt ihr hier drauf gehen, weil anzeigen möchte ich es ja schon. Ich möchte es ja sehen, das Bild. Und möchte es auch eingeben können. Aber ich möchte dich danach suchen können. Dann hakt hier unten einfach Searchable aus und jetzt ist es hier einfach nicht mehr in dieser Ansicht nicht mehr suchbar. Mehr ist das Searchable nicht. Und jetzt sind wir mal über die ganzen Eigenschaften gegangen. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, tut mir leid, aber das war glaube ich schon recht wichtig, dass wir die Eigenschaften auch mal alle durchgehen, warum die alle da sind. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, kommen wir da ganz zurück zum Anfang. Ich möchte jetzt hier auch Bilder hinterlegen. Wir haben hier unseren Bernd Stromberg, der immer noch Stromboli heißt, weil ich habe das ja das Reset und Edel ja rausgemacht. Und ich weiß nicht, auch wenn ich das noch nicht gezeigt habe, wenn ich hier halt sage, es ist ein Datum, kann ich hier hinten auf diesen Kalender klicken und da kriege ich auch tatsächlich einen Kalender angezeigt. Auch ziemlich cool. Also ich kann dann hier wirklich auch ein Datum auswählen und muss nicht zwangsläufig das eingeben. Das ist halt das Coole, wenn ich ein Datumsfeld, also wenn ich halt sage, dieses Feld ist ein Datum, dann kann ich das hier auswählen. Und hier unten sehen wir jetzt Portrait, davon abgesehen, dass es noch nicht schön heißt. Wir hier noch bei Display Name eingeben müssen. Foto-Portrait speichern. Nachdem wir mehrere Eigenschaften gerade noch ein bisschen hin und her geändert hatten, würde ich jetzt noch mal auf Speichern drücken und das Ganze noch mal noch mal sauber quasi jetzt aufsetzen. Und wichtig ist immer, wenn ihr gespeichert habt, geht er immer in die gleiche Ansicht zurück. Das kann aber manchmal ein bisschen verwirrend sein, weil er die Hierarchie, die Klick-Hierarchie, also ihr seid auf Nutzer und geht dann auf Bernd Stromberg und geht auf Bearbeiten, die ist nicht da. Das heißt, wenn ihr hier auf Cancel drückt, geht er nämlich wieder auf die Standardansicht ganz zurück. Das verwirrt manchmal. Deswegen, ich habe mir angewöhnt, wenn ich auf Speichern gedrückt habe, wirklich erst mal wieder ins Hauptmenü quasi zurückzugehen und dann das Ganze von vorne an zu klicken. Jetzt gehen wir hierher, editieren und ich möchte ein Foto-Portrait. Jetzt sieht es auch schön aus. Es ist kein Pflichtfeld, weil wir ja gesagt haben, vielleicht gibt es keins. Ich möchte aber Foto-Portrait auswählen. Dann Downloads und ich habe mir hier ein paar Images. So, auswählen. Zack. Sehr gut. Safe. Und jetzt ist das Foto da hinterlegt. Foto-Portrait hinterlegt. Und wenn wir jetzt auf Nutzer gehen und zack. Und jetzt ist es da nämlich als Bild mit hinterlegt und jetzt ist nämlich das, was ich meinte, das geht nämlich nur, wenn dieser Datenpunkt auch als Bild deklariert ist. Jetzt gehen wir nämlich mal in die Ansicht, die wir hier eigentlich sehen, nämlich in diese Nutzeransicht. Das ist genau hier bei Ansicht. Das sind wir beim ersten Video drauf eingegangen, wie man diese Menüleiste hier drüben benutzt. Gehen hier auf unsere Views, auf die Formatregeln, gehen wir später mal ein. Hier auf die Views und jetzt kann ich nämlich sagen, was ich hier überhaupt für eine View habe. Ich kann nämlich auch sagen, es ist einfach nur eine Tabelle. Dann wird es halt in Tabellenform angezeigt. Oh, das ist eine Galerie. Dann hat man halt so größere Blöcke. Dann hat man hier diese Detailansicht. Das ist dann wirklich einfach die Ansicht für die Details. Und man hat auch das Format. Also man kann sich auch extra Forms bauen, extra Detailansichten bauen. In dem Fall, und man kann auch Karte machen, ist auch ganz cool. Dann sieht man das Ganze halt so. Aber wir haben hier mehrere Mitarbeiter. Wir wollen das ja schon übersichtlich auch gestalten. Von daher fand ich jetzt Deck eigentlich gar nicht schlecht. Das hat er sich selber auch so gewählt. Und hier ist nämlich das, was ich meine. Wie schaffe ich, dass das Bild hier vorne angezeigt wird? Indem, wenn ich bei Deck bin, Main Image, Auto Assign, steht schon da. Also er hat halt selber erkannt, dass das Porträt ein Bild ist, ein Image. Und deswegen hat er das da vorne mit rangepackt. Wenn ich jetzt hier ein None mache, dann macht er das wieder weg. Dann gibt es einfach kein Bild. Und das ist das, was ich meine mit, oder ich kann halt eben manuell auswählen, es ist das Porträt. Weil wenn ich jetzt mehrere Datenpunkte mit Bildern habe, ein Porträtbild, ein, weiß ich nicht, ein anderes Bild in den Hintergrund, ist ja vollkommen egal. Dann müsst ihr das natürlich manuell wählen, aber in dem Fall haben wir nur eine, von daher könnte man es auf Auto Assign lassen, weil er automatisch Porträt wählt. Und das ist das, was ich meine. Das geht halt nur, wenn eure Spalte, euer Datenpunkt auch als Bild angehakt ist, also deklariert ist, weil sonst könnte ich das hier nicht zuweisen. Ah, wie geil ist das denn? Jetzt habe ich da ein Bild drin. Und für die, wo kein Bild hinterlegt ist, weil es kein Pflichtfeld ist, bleibt es dann einfach leer. Da ist dann halt dort nichts da. Gut. Und jetzt wollte ich euch ja wo die Daten eigentlich landen. Und zwar, naja, ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich ein Fehler war. Und zwar in eurem Google Drive legt, wenn ihr eine App anlegt, legt das AppSheet automatisch einen Ordner an, der heißt AppSheet. Und in dem AppSheet gibt es einen Ordner, der heißt Data. Und in den Ordner Data ist dann die App hinterlegt, in dem Fall halt App Familienplaner. Das legt ihr selber an. Wenn ihr wissen wollt, wo das genau liegt, könnt ihr hier auf eurer App beim Manage schauen, wenn ich mich nicht täusche, oder bei Settings. Und hier. Default App Folder. AppSheet, Data, App Familienplaner und der macht eine random Zahl hinten dran. Das ist, wenn man noch eine App Familienplaner erstellen würde, damit das nicht doppelt existiert. Und das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir unser Portrait natürlich doch falsch hinterlegt, weil ich möchte das Portrait natürlich nicht in meiner Ablage Portraits haben, sondern ich möchte es natürlich bei AppSheet, Data, Familienplaner und so weiter. Also ich möchte es eigentlich in diesem Ordner, der jetzt aktuell leer ist, natürlich, möchte ich in diesem Ordner möchte ich natürlich meine Portraits haben. Also nehmen wir hier einfach diesen Default Ordner oder nehmen wir den, den könnt ihr da wie gesagt auch woanders hinschieben, aber in dem Fall ist mir das egal, der kann da bleiben. Gehen hier auf unsere Datenpunkte, Nutzer, Portrait und hier Image und hier in hierher, pasten das hier rein, machen natürlich noch mal ein Strichchen und sagen, okay, das Ganze soll eigentlich in, das da vorne können wir wegmachen, in AppSheet, Data, Familienplaner, Portraits landen. In dem Ordner soll das landen. Save. Das probieren wir jetzt auch aus. Speichern wir das mal und ändern unser Bild gleich ab und dann, wir können ja mal so lange in die in die App hier reinschauen, also in die Google Tabelle und ihr seht ja auch, wie das hier hinterlegt wird. Er hinterlegt nämlich hier diesen Pfad, diesen in Anführungszeichen lokalen Pfad. Es ist ja deswegen ein lokaler Pfad, weil die App läuft ja in eurem Google Drive im Prinzip oder speichert sich in dem Google Drive mit ab und deswegen ist es für ihn natürlich ein lokaler Pfad. Deswegen gibt es hier kein HTTPS oder irgendwas, weil er nicht online irgendwo drauf schaut. Das ist natürlich alles in der Cloud, aber trotzdem läuft es auf der gleichen Ebene und deswegen kann man hier direkt dann damit arbeiten mit so einem Direktlink, sage ich jetzt mal, aber in dem Fall wollen wir das ja umspeichern. Also sagen wir, wir möchten den hier editieren. Clear. Gehen wir da rein und suchen uns ein anderes Foto. Und zwar nehme ich mal das zweite. Mal gucken. Da ist er. Save. Und jetzt schauen wir mal, ups, nee, das war falsch. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, hat er umgeschaltet. Er hat jetzt auf AppSheet, Data und hat jetzt das quasi genommen. Und das hier hinten schreibt er selber dran. Also das, der macht sehr kryptische Namen hinter Dateien und Bilder und so weiter. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ihr müsst mit dem Namen ja per se nicht arbeiten. Es ist nur wichtig, dass die App weiß, wo das Ding liegt. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt gehen wir mal in unseren Ordner rein. Da. Und jetzt hat er in unserem Familienplaner, in AppSheet Data, unseren Familienplaner, hat er Porträts angelegt und dort drin ist dieses Bild. Und dieses Bild heißt zwar kryptisch, ist aber vollkommen egal, weil wenn ihr hier in eurer App seid, ist es vollkommen egal, dass das Bild kryptisch ist, weil Hauptsache das Bild ist da. Geil, oder? Und jetzt haben wir noch in unserer Ansicht haben wir jetzt hier noch es geschafft, Bilder zu hinterlegen, die er jetzt hier gerade komischerweise nicht anzeigt. Moment. Main Image Portrait. Ah, jetzt wieder da. Okay. War halt wahrscheinlich jetzt durch das Umschalten von dem Link, von dem Absolut Link, hat er sich da kurz verschluckt. Das kann manchmal passieren, tatsächlich. Also da muss man wirklich manchmal, es hat manchmal so ganz komische Phänomene, das kommt wirklich vor. Da müsst ihr einfach ein bisschen mitspielen und manchmal auch nochmal was auswählen, nochmal speichern und dann funktioniert das schon. So. Das soll es für heute gewesen sein, das Video ist wieder recht lang geworden und ich hoffe tatsächlich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch wieder viel mitnehmen, viele Informationen. Ich habe viel geredet, aber es ist auch wirklich viel, was die App kann und man muss viele Sachen einfach verstehen, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Aber ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Wie gesagt, guckt euch auch die ersten zwei Videos an, dann habt ihr die komplette Kette bis hierher und ich werde sicherlich noch weitere Videos machen, wir sind noch lange nicht am Ende. Es ist immer alles Stück für Stück. Das dauert einfach eine Zeit, bis man da ein bisschen drin ist und ich versuche vieles sehr ausführlich zu erklären und mit Beispielen, damit es leichter verständlich ist, gerade für die Leute, die eben noch nicht programmiert haben oder eben keine Kenntnisse in der Datenbank haben und so weiter. Also seht es mir bitte nach, wenn es den einen oder anderen vielleicht manche Informationen zu viel sind. Für andere ist es vielleicht genau richtig. Hoffe ich zumindest. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr zugeschaut habt, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Videos dabei seid. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne auch mal einfach ein Abo da lassen oder ein Like. Warum nicht? Kann man ja auch mal auch mal einfordern als Creator und mal fragen, ob der ein oder andere nicht möchte. Würde mich auf jeden Fall auch freuen. Das motiviert mich auf jeden Fall und dann hoffe ich natürlich am meisten. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.